Nein, die hat ihn doch in Hannover-Grabsen abgeholt und mit nach Berlin gebracht und in den Zellendorf bei ihr abgeholt. Benimm dich mal ein bisschen und mach mal ein freundliches Gesicht, mal lächelnd. Das ist so toll, ey. Na, schafft er dich zu animieren? Eine kleine Übersprungshaltung. Ja, ist herrlich, einfach nur. Ihr Süßlinge. Sch Anchor. Sch Cherry. Sch – Schif. Schif – Schür. Schif – Schif. Schif – Schif.